Einen 20k Auftrag in nur einem 15-minütigen Telefongespräch, Kaltakquise, Telefonakquise. Ich habe den IT-Leiter noch nie zuvor gesprochen und das Gespräch hat insgesamt 15 Minuten gedauert. Und da warum ist ein 20k plus, also Minimum Budget, das bedeutet 20k plus. 20k kann der IT-Leiter ohne weiteres bezahlen, also hat er als Budget zur Verfügung, ohne sich nochmal irgendwelche zweiten Erlaubnisunterschriften der Geschäftsführung einzuholen zu müssen. Wenn alles, was darüber hinausgeht, müsste man da nochmal genauer nachverhandeln. Aber es geht hier um individuelle Softwareentwicklung. Und wie das möglich ist, weil ich auch in letzter Zeit immer mehr häufige Anfragen bekommen habe von kleineren Softwareentwicklern oder solchen, die sich erst selbstständig gemacht haben vor kurzem oder solchen Softwareentwicklern, die schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig sind, aber nicht so richtig vom Fleck kommen oder sehr abhängig sind von einigen wenigen großen Kunden. Kurz gesagt, einfach nicht wirklich vom Fleck kommen, auch von der Neukundengewinnung her stagnieren, keine Erfolge haben, vielleicht tagelang, wochenlang irgendwie telefonieren, Kaltakquise betreiben und einfach völlig erfolglos sind. Oder vielleicht sogar schon Agenturen und Coaches und Trainer und dergleichen bezahlt und beauftragt haben. Und auch da kein wirklicher Erfolg war. All diese Softwareentwickler habe ich in letzter Zeit immer häufiger in Gesprächen über meinen Kalendereintrag, wo sie sich bei mir beworben haben für ein Erstgespräch kostenlos. By the way, den Link dazu solltest du hier unten finden. Ich lade dich herzlich dazu ein, in dem Kalendereintrag ist dann so ein paar Fragen, die du beantworten solltest, so zur Vorfilterfunktion. Und dann sehen wir uns gerne in einem unverbindlichen Gespräch. Und ich möchte heute mal in diesem Video einfach dir ein paar, sagen wir mal, ja, aus dem Gespräch, das ich gerade eben erst vor zwei Stunden hatte, 15 Minuten gedauert mit einem IT-Leiter, eines Rohstoffhändlers und Produzenten und der letztendlich eine typische Situation hat, dass er ein IT-Leiter ist mit drei Entwicklern, zwei SAP-Entwicklern, ABAP-Entwicklern und einen weiteren Microsoft-Entwickler. Und jetzt aber sozusagen eine herstellerunabhängige Software entwickeln möchte zur Prozessdatenverwaltung und Akkumulation und auch dann auch Darstellung, um dann diese Prozessdaten dann wiederum in, sagen wir mal, für BI-Tools und dergleichen und weitere Tools, die bereits schon im Einsatz sind, akkumuliert zu verwenden. Das heißt, das war halt immer mal ein, nur eins von vielen, vielen Szenarien, wo einfach ich mit ein bisschen Recherche den richtigen IT-Leiter in der richtigen Firma zum richtigen Zeitpunkt angerufen habe und innerhalb von nur 15 Minuten, ja, hier letztendlich einen Auftrag generieren konnte von 20 plus K. Das sind natürlich in der Regel nicht diese großen Enterprise-Leads, Aufträge, die ich normalerweise auch immer die Videos mache, wo ich auch schon seit vielen Jahren in dem Bereich erfolgreich große Systemhäuser beliefere mit Opportunities und Leads und guten, guten Aufträgen, die teilweise sechs- und siebenstellig sind sogar, mit einem Lifetime-Value von teilweise siebenstelligen Summen, ja, sondern hier geht es um individuelle Softwareentwicklung im, sagen wir mal, fünfstelligen Bereich, aber auch da kann der Customer Lifetime-Value in den sechsstelligen Bereich sehr, sehr, sehr schnell und sehr leicht gehen. Und wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden seit zwei Monaten und noch einen weiteren auch Kunden seit zwei Monaten, wo es eben sogar ist, dass wir letztendlich vor sechs bis acht Wochen zwei dieser Aufträge generieren konnten mit für mich letztendlich relativ wenig Arbeit, aber halt sehr viel Erfahrung. Ich nutze natürlich mein Netzwerk auch. Ich nutze natürlich auch meine ganze Erfahrung in der Vorqualifizierung. Ich habe natürlich auch einen Assistenten der Hilfe mit der Recherche. Ich habe einen weiteren Assistenten, der hilft mir ein bisschen mit der Vorqualifizierung telefonisch. Aber in dem heutigen Fall war es wirklich so, ich rufe den zum ersten Mal an. Ich habe mit dem IT-Leiter noch nie gesprochen. Ich habe natürlich ein bisschen mir die Firma angeschaut und innerhalb von 15 Minuten den Auftrag von 20 plus erzielt. Und zu dem Thema möchte ich heute mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir sehen uns gleich im Video. Bis dahin.